In Tokio bekommt der Profikiller Ladybug den Auftrag für seine Kollegen Kawa einzuspringen und aus einem Bullet Train einen Aktenkoffer voller Geld zu stehlen. Zwar kann Ladybug das Gepäckstück schnell lokalisieren und entwenden, muss dabei allerdings feststellen, dass es sich zuvor im Besitz der Auftragsmörder Lemon und Tangerine befunden hat. Nach erfolgreichem Diebstahl versucht Ladybug den Zug zu verlassen, wird aber vom einsteigenden Yakuza-Auftragsmörder der Wolf daran gehindert, der wiederum auf Rache für seine ermordete Ehefrau aussitzt. Ladybug tötet Wolf im Kampf. Lemon und Tangerine haben den Diebstahl bemerkt und den Sohn ermordet aufgefunden. Nachdem Ladybug auch Lemon hat überwältigen können, wird der Geldkoffer von einer Auftragsmörderin mit dem Decknamen der Prinz gefunden. Die junge Frau präpariert das Gepäckstück sowie eine Pistole jeweils mit einer Sprengfalle und übergibt beides an den weißen Tod-Gefolgsmann Yuichi Kimura. Es kommt zum Kampf zwischen Tangerine und Ladybug. Ladybug stößt Tangerine aus dem Zug. Tangerine kann auf dem abgefahrenen Zug springen und der Prinz versucht sich gegenüber Tangerine als unbeteiligte Dritte darzustellen, wird von diesem aber der Lüge überführt und tritt die Flucht an. Ladybug erkennt zeitgleich, wer der wahre Mörder des Sohnes vom weißen Tod ist. Eine Auftragskillerin namens die Wespe, die ebenso das eigentliche Ziel vom Wolf war. Nachdem Ladybug die Wespe umbringen konnte, steigt ein neuer Fahrgast in den Zug ein. Kimuras Vater der Älteste. Dieser offenbart, dass sein Meister Minigishi, dessen Gefolgschaft vom weißen Tod umgebracht wurden, und er nun ebenfalls auf Rache aus ist. Im Bahnhof von Kyoto übergibt Ladybug den Gefolgsleuten des weißen Todes den Aktenkoffer, woraufhin einige am Bahnsteig durch den Sprengsatz getötet werden. Es kommt zum Kampf zwischen dem Ältesten und dem weißen Tod, während Lemon den Zug unkontrolliert in Fahrt setzt. Ladybug kann den Zug durch Aktivierung der Notbremse zum Entgleisen bringen. Als der weiße Tod Ladybug erschießen will, sprengt ihm der Sprengsatz die rechte Gesichtshälfte weg. Der Prinz wird von Lemon mit einem Lieferwagen überfahren. Abschließend wird Ladybug von Maria Beatle abgeholt.